Eine Abstimmung? Abstimmung? Habe ich ja nicht drauf aufgepasst. Das war eine Abstimmung. Ach, hier geht's ja. Jawohl, ich hab mich verbessern. Hallo ihr Chefis. Ist hier noch Sommer oder was? Schön mit Unterbuchse. Schau dir aus, ey. Hä, ich hab das Fahrrad hingestellt und das hat schon übelst einen Schaden. Was ist das für ein Käse? Vielen Dank, Frank Hexel. Dankeschön. Wow. Geil. Geil, danke Rinsa. Ein Fax Fox Fur Burger. Kannst du jetzt mal aufhören? Geil. Keiner mit einer. Keiner mit einer. Wieso? Schwabbel. Da bin ich nur ein bisschen auf dem Top. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Nehmen dich mal mit einer. Zack, zack. Kann ich nicht rausmachen. Tippen mich? Na gut. Da. Da. Hier den Käse. Das kann rein, das kann rein, das kann rein, das kann rein, das kann rein. Das und das. Genauso wie die Knoppen. Das Fett kann hier noch rein. Das Leder kann rein. Denk dran, ihr müsst regelmäßig schreiben, damit ihr Punkte bekommt. Sonst nach fünf Minuten selber schuld sein, die mir die Punkte. Also. Das meiste. Also hast du das selber gemacht. Dankeschön. Heike Hexe. Oh, was war das denn? Irgendwas blaues. Blaue Pausen oder so? Blaue Pausen. Was? Blaue. Ja, das ist noch nicht, ja. Was wärs? I love you. Was kann man denn mit dir denn machen? Sweat mechanic? I can be found a place in the Harley pig pants. Okay. So, ich muss noch ein bisschen Fleisch besorgen. Wo sind die Viecher hier? Ja. Halt einmal! Da geht los, ne? Einfach verbrach. Jawoll! Go, 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 go. hallo ja hast du mich rund und nenn mich werbel weg mit der rübe ab mit ihrem kopf ab mit ihrem kopf genau bei beiden die Oh, voll! Was das denn? Geil! Alter, das ist ja geil. Tücher! Bäh, du machst die Bühne. Ich muss mal eben nach Hause. Die waren eben, Junge. Alter, ist das geil. Was denn? Kann ich oben rein? Rocketman! Rocketman ist ja richtig geil. Das ist ein Dreier, das ist ein Zweier. Ich komm nicht drauf. I'm a Rocketman! Schuhe verändern, zack. Ist hier los. Bin immer überladen, ne? Ah, ich hab ne Schaufel! Jawoll! Oh, der Schrotz ist kaputt. Ich hab leider nur ein Reparatur. Ich hab auch nur mein einziges aufgebaut. Nein, was ist schmiert? Was ist schmiert? Was ist schmiert? Hier oben? Ah! Was kann ich jetzt mit Rocketman? Spring mal! Lauf und spring mal dabei! Geht nicht. Also irgendwas stimmt nicht. Danke! Das ist überladen. Jetzt ja. Ich hab eben... Wieso... Wieso... Wieso wartet man noch richtig abheben? Und weiß rein? Das war jetzt so gut. Irgendwas stimmt doch nicht. Ist doch voll blöd, eh? Very blöde. Blöde, 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 blöde. Na? Na? Wer hustet hier? Sohnemann Nummer eins. Sohnemann Nummer eins! So, ich wollte immer eben Essen machen. Ähm... Dafür braucht ihr Eier und... Du kannst auch aus dem Küken und aus dem Fett, kannst du Chicken Nuggets machen, ne? Aus dem... Chicken Wings... Okay... Machen wir auch rein. Nuggets! Aber funktioniert nicht. Warum nicht? Ich brauche mehr Hühnchen. Ja. Ja. Der geht mal auf Fünschen, ja. Ach ne. Nester, ja. Nester. Da ist eins. Toll! Munition und Eier. Mhhh... Was? Munition und Eier? Mhm. Das ist überall Ölschiefe, aber wie, ey? Ja, das... Das ist auch wieder die Mod, wo die ganzen Ressourcen überall... Aber nur obererdisch sind halt. Oh, hier liegt mal. Ach ja, das ist ein bisschen doof dann, ne? Ja. Haben wir hier... Hä? Ne, da möchte ich nicht reinfallen. Was ist das? Was ist das? Oh, Rinsa, danke. Ein Blatt Papier! Das ist doch schön, danke Rinsa! Ein ganzes Blatt Papier! Krass! Das ist tödlich, ne? Schleiche ich ja nicht. Ja, ja, deswegen. Man muss aufpassen, ja. Infektion, nur so, ne? Also... Ist schon gefährlich, das stimmt schon, ne? Was war das? Eine Abstimmung? Einfalls halt! Gut, aber... Danke! Danke! Wir sind einfallsreich genug. Ne, wir sind einfallsreich genug. Okay, kein Plan, was das sollte, aber gut. Ja, ist besser wie nix, ne? Also... Besser wie nix, Rinsa. Läube! Beiger! Aua! Haut mich doch nicht! Was bist du denn schon? Oh, ich lass dich schon wieder, ey! Parasite! Na, du mich auch, Alter! Parasite, Junge! Mit einem halben Steak auf dem Rücken, ey! Du siehst ja so krank aus, ey! Hast du was gegen Kranke? Oh, ich hasse Spinnen! Oh, ich hasse Spinnen! Na, lieber zum Brunnen! Was im Augen? Mich? Was laufen denn alle hier? Was ist denn los? Na, das ist ja jetzt kacke! Das ist für ein Scheiß! Ah! Da hinten ist ne Küssel für dich! Von Bailey! Ja, die ist genau in den Spikes gelandet! Danke, Bailey! Oh, nein! Da schub sie! Schub sie! Sehr schön! Ey, ich find keine Nester mehr, ne? Gibt das so? Hühnchen! Hühnchen! Du bist fein! Du bist fein! Du bist fein! Du bist fein! Bleib hier! Bleib hier! Bleib hier! Du bist... Den darfst du... ...hier nicht spielen! Äh... Wie bitte? Wen darf ich hier nicht spielen? Äh... Oograven Forest! Hä? Weiß ich jetzt nicht, was das ist? Was war das? Was ist Oograven Forest? Was? Weil da... Achso, das darf ich nicht spielen, wenn ich nicht spinnen! Achso! Ja, ne, lass mal... Gibt's ja noch was anderes, oder was? Oh, das hat mich auch mal bei den anderen Mods geärbt! Äh... Ja, ist auch ne Mod! Ähm... Wie hieß die Mod noch, die wir auch mal gespielt haben? Danke, Rensa! Weiß ich nicht! Wo die Löcher immer im Boden waren, wenn du rübergefahren bist! Mit den Spinnen! Äh... Die haben wir damals mit Bashi gespielt, aber wie hieß die? Ah, äh... Oblivion! Age of Oblivion, ne? Oh, ja... Oh, ey... Die hat mir auch... Die war echt... Äh... Naja... Naja... Schlecht fand ich sie jetzt, ne? Ja, ich fand das ein bisschen überschrieben mit den... Zombies... Da habt ihr bald nur noch Bosse, ey! Das stimmt! Oh, hallo! Hallo! Oh mein... Ah, ist eine Mod, okay! Ne, mit Spinnen und so kannst mich auch jagen, ey! Wehe! Essenvorräder, juhu! Mal ins Spiel geht's noch, so einigermaßen, aber... Wolle hinter dir! Was rennen die denn so? Sind die immer ganz dicht? Wolle ich den Fasser mal? Ey! Ich hab's ja nicht! Oh! Was ist hier los? Jawoll! Geil! Geil! Ziehen wir erstmal so einen schönen Shakey rein! Mh... 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 Warum laufen wir eigentlich? Sind wir doof? Ich bin mit dem Fahrrad hergefahren! Hm... So, ich würde sagen... Es wird ja immer noch ein Nest, ne? Ach, da! Vom Fahrrad aus sieht man sie auch viel besser! Ja, stimmt! Ich geh da auch noch zu Fuß, keiner ein paar Nester holen! Was ist hier los? Dankeschön, Peggy! Was denn? Ja, danke! Wir herrscheln gemacht eben! Ambos haben wir schon! Speer! Eisenspeer! Eisenspeer! Wie die alle hier rennen?! Finde ich nicht okay! Hallo! Ja, hallo! Oh, ich muss nachladen! Warte kurz! Neue Achterung sind verfügbar! Liefern Robo! Schild und Supplies! Supplies! Prima! Was ist das denn? Neue? Ne! Boah! Binzer! Binzer! Zuckerbrot und Peitsche, ne? Binzer! Zuckerbrot und Peitsche! Danke, Peggy! Weiß man das nicht! Achso, da! Gucken, was da ist! Ist der schon leer? Oh! Das muss ich auch noch haben, ne? Was war das denn für ein Geld? Was ist das im Mundgeruch? Weil es... Boah! Boah! Zuckerbrot und Peitsche! Ah, okay! Zuckerbrot und Peitsche! Danke! Boah! Geil! Ein paar geilen... Hot Wings! Okay! Hot Wings? Ja! Ein paar Hot Wings, ey! Ein paar Hot Wings, ey! Deine Wings sind aber nicht mehr so hot! Was bist denn jetzt so? Das fühle ich aber nicht okay von dir! Naja! Hättest du die alten Schwabbel vergammelten Viecher gesehen, hättest du das aber auch gesagt! Auch die brauchen Liebe! Naja, aber nicht von mir! Ist ganz schön gemein, ne? Moritz, du kannst dich gerne um sie kümmern! Du bist ganz schön oberfl. Ich bin vergeben! Boah! Ich auch! Ich hab schon eine bei mir im Keller! Boah! Boah! Deine Frau macht's davon! Nein! Deswegen im Keller eingesperrt, ne? Ah, verstehe! Hey! Du musst das nicht tun, dann! Huch! Ah! 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 Huch! Bei der Abkommen? Wo ist die beim Morbus? Ich hab die beim Morbus, ne? Ja! Chaotischer Rucksack! Dein Ernst? Oh! Boah! Nein! Nein! Obwohl ich hab immer noch nichts passiert, also ein bisschen, ja! Ja, ein bisschen. Was kann ich mit dem scheiß Blut machen? Blutbeutel! Was ist denn mit euch allen? Habt ihr alle kein Hobby, oder was? Ah! Wasch mit der Gummiarme hier, ey! Wie viel Schiffen hast du? Ich hab 16! Chicken? Chicken hab ich 6! Das ist schon mal nicht schlecht! Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Fleisch! Mh! 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 Hei Lücher! Willst du bei mir im Keller wohnen? Hast du schon ne Spisshafel? Ne! Brauch ich Klebeband! Brauch ich Stoff und Klebeband, dann kann ich langsam anfangen! Aber ich find hier nix! Ja! Und du! Da Theresien, keine organisms manifestation! Was? Ich hab aber keinen Zuschauer beleidigt. Ich hasse zusammen bei dir. Hallo! Warte mal, ich will erst das wegtun. Jetzt haben sie mich gleich. Was denn? Jetzt haben sie mich gleich. Weil? Jetzt haben sie alle auf mich gespawnt hier. Ich hab noch einundreißig. Danke. Danke. Jetzt will Betty's auch ein bisschen. Betty, das sind doch nur 400 Punkte. Was willst du am Boden? Du, das noch nicht. Ich bin zu jung zum Sterben. Das ist auch noch dunkel, ne? Warum? Was ist dunkel? Abstimmung. Oh, das ist aber nett von euch. Betreibst du mich denn schon wieder rum, was bei dir dunkel wird? Hast du grad irgendwo ein Rezept gefunden, oder nicht? Oh, ich hasse diesen Rucksack. Mädels, ich hab keine Zeit für euch. Es regnet. Es regnet. Es regnet. Gewitter sogar. Gewitter! Ja! Ihr neues? Ja, haben wir uns alle, ne? Wie ist es mit? Oh! Danke. Aber ich will Ihnen nicht in der Abstand. Äh, Morbus, hier hinten sind zwei Christen für dich. Wo ist hier? Oh, Vanbo! Vielen Dank, Vanbo! Ah! Hallo, herzlich willkommen! Lange nicht versehen! Servus, Vanbo! Servus, Vanbo! Servus, Vanbo! Willkommen, wenn Sie reden! Nein! Spiderman! Spiderman! Peter, Under... Oh, nein! Nein! Wrupor ist verbriefbar! Nein! Und beim Essen, äh! Die sind auch noch nicht mehr. Wo sind Sie denn? Alle sind wunderbar. Danke! Ja, schön, das ist gut. Oh nein, ich weiß nicht, irgendwo am Arsch der Heidi. Am Arsch der Heidi? Und ich weiß nicht mal, wo mein Fahrrad ist. Bitte helfen Sie! Das ist ja so typisch, ey. Ja, da ist es. Aber ich werde gleich sterben. Ich weiß zwar nicht, woran. Ich habe so viele Sachen bei mir. Tripper. Ja, auch. Wo sind die Kisten? Oh mein Gott. Müssen, ey. Da kommen noch Müssen. Warum habe ich von meinen 200 Schuss Müll noch? Weil du sehr unverhältnismäßig mit deiner Munition umgehst. Das ist gut, wir müssen welche machen. Ja. Boah, Alter. Essen müssen wir. Nicht trinken. Nicht essen. Oh. Danke. Sieht aber unangenehm aus. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Schnell weg. Die. Diese weutige, dreckige, ekelhafte Spinne. Du brauchst mich nicht, außer mich roten. Ne. Ich bin kein Gott. Ne bist du auch nicht. er hat mir einfach aus was sie das haarige Wildschwein also was dann hast du vorhin gesagt ja nicht nämlich Wildschwein das Haus überhaupt ein zuhause ist wo dein Haus wohnt vor der Nacht ist ja erst 13 Uhr oh danke so die Scheiße ist eigentlich vorbei sehr gut die Nacht ist gut die Pischuli die Pischuli so ist der Scheiße eigentlich rum pass auf sag das kann weg das kann hier rüber das bleibt hier dafür geht die Hälfte der bleibt hier der bleibt hier der der ich fühle mich viel besser mit dem Fall im Hinteren warum red ich überhaupt mit dir? das weiß ich nicht das weiß ich auch nicht das verstehe ich auch nicht was kann man eigentlich mit den Bienen machen das kann hier noch warum haben wir eigentlich keine Werkbank die Optik ja ein bisschen ne ein paar die Bienen erstmal rein zack 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 was kann alles rein dann haben wir irgendwas in beschmeißen ich würde sagen wir haben wir 3 14 uhr wir sollten mal wenn wir jetzt auf die karte gucken unten rechts sieht es aus ob da eine stadt wäre wollen wir da mal hinfahren unten rechts was heißt denn wo unten heißt von uns aus gesehen die eigentlich eine straße lang fahren essen muss man machen wollen also hallo herzlich willkommen morgen schön dass wir kurz wie geht's dir und wie ist euch älter So, ich nehm mir mal so ein paar Sachen aus dem Ofen, ja. Aus dem Ofen? Ja, aus unserem Pölding, ja. Achso. Ich hab hier noch Mais, aber mit dem Mais kann ich noch nichts anfangen, okay. Was ist denn los, ja? Wow, ich hab hier. Lurk, okay. Viel Spaß dann, Lurk, und vielen Dank. Von Helsing, danke für den Lurk, ich wünsch dir was. Bis dann, und vielen Dank. Das brauchen wir nicht im Moment, das auch nicht. Wasser reparieren, oh, wir müssen unbedingt, ähm, HD-Gepäckes und so machen, ne? Oh, wie war das denn früher noch? Ähm, Werkbank, kann ich noch nicht machen. Wir brauchen, oh, Eisenbaum, ja, die haben wir ja oben. Ähm, Schroff sind ein Teil, ja, das ist los. Danke. Oh, wieder ein Stück Papier. Was ist das für ein Käse? Kannst du nur zerlegen. Ja. Und dann kommt ein Stück Papier raus. Papier? Papier? Das ist wie eine Kiste, ey. So. So, ein paar Essensachen vielleicht mal hier unten rein. Ich würde vielleicht nicht irgendeine Zubereichung brauchen. Oh, ich habe zwei Mega-Crushen, hm. Geil. Sprengstoff lassen wir mal zu Hause. Ja, ich bitte darum. Ich bitte darum. Ich gestehe da jetzt noch mal zu Hause drin. Boah, was war das? Danke, Badgi. Oh, 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 oh das sieht echt aus, was ist das, ne? Das sieht so nach Erdbeeren aus, ne? Nach Erdbeeren. Ein Pudding, hm. So, wir müssen jetzt hier runter. Immer, weil, Alter, was soll ich denn noch alles loswerden hier? das papier danke freche hexe für den lurk und viel spaß beim zocken ich danke dir auch hier vielen dank kann ich absolut nachvollziehbar ich würde mich freuen wenn wir uns wiedersehen viel spaß beim zocken kaffee muss mein kaffee da bleibt denn der herr frost ja der forst muss man eben aufhorsten wo ist denn der herr morbus du auch das sind ja alle nur ja auch dir viel spaß beim wahrscheinlich selber zocken viel spaß bei fallout aber was für die scheiße ich helfe dir ja Au, Au, Au! Au! Das ist ein Pferd ja! Was hast du denn da hinter dir? Oh, eine Bossrunde! Ui! Warte mal! Ach so, deswegen. Ja, dann kommt alles zu mir, ne? Ist klar. Ich hab meinen Waffen noch nicht repariert. Warte mal! Wuh! Alter, du stirbst da sofort. Das ist nur zum Scheiß hier. Boah, die haben mich gleich. Hä? Nein, ich hab mich also nicht so gleich gepackt. Oh, die haben sofort. Hä, wo hab ich die ganzen Verbände raus, ich Idiot? Oh nein. So dämlich, das ist der Wahnsinn. Da haben wir nicht mehr, aber ich soll nicht weg. Oh, danke! Lauf! Lauf doch, du kleines Stück! Pups! Wo ist denn meine ganze Munition? Hä? Kann ich mich veräppeln? Kann man Munition verlieren? Welche suchst du denn? Neun Millimeter? Das ist komplett weg bei mir. Ja, wahrscheinlich, weil die in der ganzen rechten Kiste ist. Juhu! Wie ist die Kiste für dich? Alter, jawoll! Und meine... Und die andere hab ich ja verballerst. Gibt's ne Kiste? Nein, ich bin ja auch unterwegs. Schnell auf uns gemacht. Kann das sein. Ich hab uns noch aufschlag. Keine Sicherheit oder Energie. Ich bin für Energie. Dankeschön, Bailey! Alter, erschreck mich halt! Oh! Wieder mega schwarz, Alter! Geil! Oha! Was denn? Jetzt ist sie, ähm, zwischen Chaos und Sarossa über Energie. Einfach den beiden Kampfen. Bin immer noch für Energie. Oh, Energiekampfen. Ja. Oh, oh! 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 Schwenken! Weil da ne Spinne direkt grade aus ist. Energie! Jawoll! Vielen Dank! Jawoll! Dann werden die strammen Waden noch strammer. Oh, da ist ein grüner Hund. Hau ab! Stopp, da! Abstimmung! Schon wieder in der Abstimmung? Noch eine? Riecht Mama? Soldaten? Oh! Haas geworden. Ich muss sogar aus. Ist ja doch keine Stadt! Oh uh! Oh uh uh! Oh uh uh! Mach mal her! Ich bin keinnostiges in die... Morbus, wir müssen runter von den Fahretern und wir kommen gleich eine Mama-Horde! Gönn dir, Bruder. Mach mal her! Was heißt eigentlich wir? Alle, hier ist alles voller Spinnen! Ja, hier ist auch caught feminin! Alter, hier sind überall Spinnen! Oh, hier hinten ist die Stadt Komm, stell zu mir, hinten ist was Ja, da kommt doch schnell her mit dem Fahrrad Hier ist doch keine Spinne Komm her Komm, stell zu mir, hinten ist was